Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 50 Cent, wir sind wieder über der Marke, 3% nach oben, waren sogar schon mal bei 51 Cent hier. Und das Ganze ist wieder sehr im grünen Bereich, allen voran Orchid mit 27%, ordentlich hochgegangen. Und ich glaube hier, auch Bitcoin ist wieder ein wenig positiver mit 26.800. Und dann schauen wir mal direkt rein. Der erste Tweet für heute geht direkt um die verschiedenen Theorien, wie XRP denn eigentlich nur in Zukunft an Preis gewinnen wird, beziehungsweise wie hoch es auch gehen wird. Denn viele Leute sprechen entweder davon, dass es durch die Spekulation hochgeht, also durch einen gewissen Hype, oder davon, dass der Preis quasi von Ripple gesetzt wird. Und David Schwartz hat sich jetzt neulich nochmal in einem Interview oder in einem Gespräch hier geäußert. Und zwar wurde er gefragt, ob der XRP Preis in Zukunft nur durch Spekulationen von Investoren getrieben sein wird. Und er sagt ganz klar, nein, nicht spekulativ. Es wird verschiedene kompetitive, also konkurrierende Pools geben an Liquidität, die dann jeweils an das ganze Netzwerk abliefern und aus denen auch Liquidität dann gezogen wird. Also entweder wird man Liquidität hinzufügen oder man wird diese Liquidität nehmen. Und was dafür wichtig ist, ist das neueste Update und zwar über Automated Market Makers. Das Ganze kommt jetzt mit der Version 1.12 hinzu. Und aktuell steht das zum Voting von den Validatoren, ob dieses ganze Update oder Upgrade vielmehr auch schon angenommen wird. Man braucht dann über zwei Wochen lang 80% der Validatoren, die das Ganze betreiben möchten. Und wenn das passiert, dann ist diese neue Version quasi offiziell der Standard. Und ich denke, das Ganze wird jetzt in Zukunft erreicht sein. Wir sind noch nicht ganz bei diesen 80%, aber man darf auch nicht vergessen, dass die ganzen Validatoren ja auch nicht 24-7 am PC hängen und dann direkt ihre Note upgraden. Das heißt, manche Leute machen sich da vielleicht aktuell noch Gedanken, lesen sich da ein, sind vielleicht gerade im Urlaub, who knows, das sind ja verschiedenste Entitäten, die da diese Notes betreiben. Und ich glaube, hier hat er eben einen wichtigen Punkt angesprochen, denn in Zukunft wird der Preis nicht mehr nur, wie wir aktuell das Ganze kennen, spekulativ betrieben, dass eben welche Leute sagen, ah ja, hier kommen gute News, okay, ich kaufe mal, es geht wieder 10% nach oben und so weiter, sondern in Zukunft steckt da wirklich ein spezifischer Use Case dahinter, der dann den Preis positiv oder negativ beeinflussen wird. Was aber aus meiner Sicht klar sein sollte, ist, dass der Preis dann definitiv höher sein wird, weil XRP viel mehr genutzt wird, als es jetzt ist. Aktuell hat XRP auch schon Use Cases und das Netzwerk ist auch schon recht gut aufgestellt, aber da geht A noch viel mehr und B wird XRP aktuell noch nicht so viel verwendet unter den Partnern von Ripple. Und ich glaube, das kann sich in Zukunft sehr schnell, sehr rasant ändern und dann hätten wir eben auch deutlich mehr Potenzial, was den XRP-Preis nach oben anbetrifft. Und passend dazu spricht Ripple auch aktuell sehr viel über Liquidität. Wir haben hier von gestern Abend einen neuen Artikel und zwar über Building Liquidity Hub, also wie man einen großen Pool an Liquidität erstellt, um die Bedürfnisse der Firmen zu beachten oder zu erfüllen. Und da sprechen Sie hier einmal kurz über einen Rückblick, wie es in den frühen 2000ern war. Aber am Ende geht es darum, dass man einen globalen Liquidity Hub hat. Und das Beste ist, das Ganze ist ja jetzt nun mal auch schon fertig und muss jetzt nur noch erweitert und ausgebaut werden. Das heißt, was Sie aktuell mit verhältnismäßig wenig Firmen machen im kleineren Rahmen, sollte in Zukunft ziemlich schnell ausweitbar sein. Und dann werden viele verschiedene neue Kryptowährungen, neue Firmen und auch neue Regionen da unterstützt und verfügbar sein. Das Ganze soll also so einfach wie möglich für Firmen umgesetzt werden können. Und ich glaube, wenn das einmal läuft, dann haben wir tatsächlich hier einen riesen, riesen Coin mit sehr viel Utility und sehr viel Nutzen. Parallel bauen sie sich nämlich auch schon weiter aus. Wir haben hier einmal SBI. Die haben jetzt mit Ripple zusammen einen neuen Korridor erstellt, einen Liquidity-Korridor nennt man das Ganze. Also eine Möglichkeit, Geld zu empfangen und zu senden. SBI wird hier auch ganz offen XRP als Brückenwährung nehmen, das Ganze über verschiedene Accounts laufen lassen und das Ganze verfügbar für eigentlich alle Ripple-Partner, beziehungsweise alle, die das Ripple-Net eben nutzen. Das heißt, hier wird eben ganz offen von XRP gesprochen. Es geht also ganz klar hier um XRP und dass XRP die Brückenwährung ist. Und viele Leute, die immer sagen, ja, sie können sich da eine eigene Kryptowährung zusammenbasteln, eine, die da nicht öffentlich, kaufbar und handelbar ist. Dann ist hier ganz klar die Frage, warum gehen sie denn diesen Weg? Warum wollen sie denn XRP hier nutzen, wenn sie doch angeblich einfach alle so ganz, ganz easy eine eigene Kryptowährung programmieren können, aufsetzen können? Alles kein Problem für die. Die können sogar alle irgendwie das ganze Ripple-Net gefühlt nachprogrammieren, wenn man manchen Leuten aus den Kommentaren glaubt. Das heißt, warum machen die das hier? Warum sollte eine große Firma wie SBI sich sowas aufbürden, wenn sie einfach auch das Ganze selbst irgendwie machen könnten? Ja, vielleicht, weil es von Ripple schon so schüsselfertig übergeben wird und man da keinen Aufwand hat, sich da irgendwie selbst reinzufuchsen in das ganze Thema. Nur so meine Spekulationen, was wir hier seit, weiß ich nicht, zwei Jahren oder sowas mal irgendwie besprechen. Und in der Zwischenzeit werden die Kryptowährungen und globalen Zahlungen über Kryptowährungen auch immer interessanter. Wir haben das Ganze hier in einer Statistik und zwar geht es um Global Payment Networks und zwar den Wert, der darüber transferiert wird und wurde. Und wenn man das mal so hier im Vergleich hat, 2021, 22 und 23, muss man ganz klar sagen, die Daten für 23, klar, ist noch irgendwie ein bisschen schwierig, weil die haben wir halt noch nicht. Wir sind ja mit 2023 auch noch nicht durch. Aber es lässt sich schon einen Trend erkennen, dass Bitcoin, Visa, Stablecoins, Mastercard eigentlich alle Zahlungen nur zugenommen haben. Also alles geht immer höher, auch wenn ich hier schon ziemlich stark finde, dass Bitcoin über Visa ist und Stablecoins auf dem gleichen Niveau wie Mastercard ist. PayPal ist dann da so ein bisschen weiter unten, würde ich sagen. Aber trotzdem bin ich mal sehr gespannt, wie die 2023er Zahlen dann da aussehen werden. Auch wenn man ganz klar sagen muss, ich glaube, auch gerade bei Bitcoin war 2023 nicht so relevant wie 2022. Letztes Jahr war der Preis Anfang 2022 auch noch sehr hoch teilweise und da war, glaube ich, sehr viel Volumen, sehr viel Traffic im Kryptomarkt. 2023 ist das Ganze eher wieder etwas abgeflaut. Wir sehen hier deutlich mehr Utility, mehr Nutzen, also richtige Anwendungsfälle für Kryptowährungen. Aber auf der anderen Seite halt eben weniger Spekulationen, was klar einmal gut ist, auf der anderen Seite eben weniger Volumen bringt. Und ich glaube, so lassen sich teilweise hier gewisse Zahlen dann auch erklären. Dann ganz schön interessant, wir haben hier Deutsche Bank und die wird jetzt in Zukunft Kryptowährungen für institutionelle Anleger halten können, dürfen sozusagen. Und parallel dazu haben wir hier einen kleinen Post von David Schwartz. Es geht darum, dass man ohne es zu googeln einmal irgendwas benennen soll, das in Deutschland erfunden wurde. Und David Schwartz schreibt dann hier, zu einfach. Und ja, das Ganze könnte eben sich auf diesen Post hier beziehen. Da hat man also tatsächlich eine Verbindung hier, auch weil alleine dieser Post ja nicht wirklich so, ja, quasi einen Inhalt hat hier, ne. Also er sagt ja nicht, es ist ja zu einfach. Hier wurde zum Beispiel irgendwie BMW erfunden oder sowas, sondern, ja, da gibt es halt eben nichts in diesem Tweet. Von daher, hier die Verbindung könnte sein. David Schwartz wieder so ein bisschen auf dem Ridler-Grind quasi. Dann muss man tatsächlich sagen, wir hatten ja in der Vergangenheit immer den Term ODL, On-Demand-Liquidity. Und das Ganze wurde jetzt ein wenig rebranded anscheinend. Zumindest schreiben sie diesen Namen ODL nicht mehr so oft und schreiben jetzt viel mehr Payment-Solution. Denn das ist es eigentlich und das ist auch das, was die Leute verstehen. Okay, On-Demand-Liquidity ist immer so ein Thema, hm, okay, ja, ich bekomme auf Knopfdruck oder auf Nachfrage irgendwie Liquidität. Okay, hört sich erstmal ganz interessant an, aber ist für die Firmen in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht mehr so greifbar. Und deswegen haben sie hier in dem Ripple-Dashboard einmal auch hier den Reiter Payments. Und dort kann man dann hier die verschiedenen Zahlungen sehen. Wie gesagt, vorher On-Demand-Liquidity, mittlerweile aber eher die Cross-Border-Payment-Solution und nicht mehr wirklich On-Demand-Liquidity. Hat aus meiner Sicht einfach nur so strategische Gründe, dass man das einfacher erklären kann. Sehe ich ja auch hier in den Kommentaren, wenn ich sage, hier, sie haben eine Zahlungslösung, bieten etwas an für Zahlungen weltweit. Da weiß jeder was mit anzufangen. Wenn ich hier von On-Demand-Liquidity spreche, dann habe ich immer 30 Kommentare, die fragen, was ist On-Demand-Liquidity. So kann man sich das einmal hier anschauen. Es geht um Zahlungslösungen und da ist XRP natürlich ordentlich mit dabei. Dann geht es hier um die Frage Xahau. Xahau ist ja eine XRP-Ledger-Sidechain, muss man ganz klar sagen. Und Moonshacer hat hier ein paar Fragen und ich glaube, die kann ich ganz gut beantworten. Denn es geht hier um das Thema, was ist eigentlich eine Sidechain gegenüber, was ist eine Fork und wie hängt das vielleicht zusammen? Kann man das so vergleichen? Denn wir haben hier das Xahau-Whitepaper und Xahau ist im Endeffekt eine Kopie vom XRP-Ledger, wenn man so möchte. Nur mit der Möglichkeit, dass man EVM-kompatible, also auf Solidity-Basis geschriebene Smart Contracts, dort eben auch deployen kann. Und tatsächlich ist es so, dass hier in dem Whitepaper Smart Contract Sidechain steht für den XRP-Ledger. Und die Frage ist jetzt eben, normalerweise hat eine Sidechain quasi ja das gleiche native Asset, also würde auch XRP verwenden, weil diese Sidechain einfach nur parallel mitskaliert sozusagen und dann regelmäßig Updates auf die Hauptchain postet. So einfach ganz grob zusammengefasst. Und hier kommt man jetzt an so eine kleine, ich würde sagen, Zwickmühle. Denn an sich ist dieses Xahau-Netzwerk zwar eigentlich eigenständig, denn sie haben ein eigenes Ökosystem und einen eigenen nativen Coin. Aber diesen eigenen nativen Coin erhält man nur durch den sogenannten Burn-to-Mint-Mechanismus. Das heißt, man muss erst XRP wegschicken auf der Hauptwallet und die unbrauchbar machen sozusagen auf der Hauptwallet, um auf dem Xahau-Netzwerk dort dann den eigenen nativen Coin zu erhalten. Deswegen ist das so ein bisschen so ein Graubereich. Eine Fork ist nichts anderes als das Kopieren des aktuellen Quellcodes und ein paar Veränderungen dort vorzunehmen. Können ja auch ganz kleine Veränderungen sein und das dann als andere Kryptowährung zu launchen. Es ist zwar in gewisser Weise eine Fork, aber es ist meiner Meinung nach auch eine Sidechain. Also ich glaube, das schließt sich nicht aus, zumindest von meinem Verständnis. Und deswegen ist es auch eigentlich nicht schwer, hier zu erkennen, was Xahau eigentlich möchte. Xahau möchte, das sollte dir in Zukunft die EVM-kompatible Variante verwenden, XRP auf der Hauptchain sperren, um sie dann auf der Sidechain Xahau zu verwenden. Das ist eigentlich das ganze System dahinter. Wer das gut findet, der kann es nutzen. Wer das nicht gut findet, kann es ja einfach ignorieren. Aber so ist es und ich glaube, da gibt es wenig Spekulationen oder wenig, was man da irgendwie falsch verstehen kann, zumindest meiner Meinung nach. Bei der Gelegenheit, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, dass Xahau in Zukunft einen positiven Einfluss auf XRP haben wird. Oder denkt ihr eher, na nee, Xahau, das ist nicht so wirklich was, was wir brauchen. Und das wird eher so ein wenig irrelevant bleiben. Dann lasst uns darüber gerne mal sprechen. Worüber EGRA Krypto gerne spricht, ist, dass der Zug der XRP Train die Station verlassen hat. Und das macht er anhand dieses Charts hier fest. Er hat dann hier einmal diese beiden Grenzen eingezeichnet und dazwischen auch so einen kleinen Zug. Ganz süß gemacht hier. Und hier haben wir tatsächlich den Chart seit 2014 bis jetzt knapp Anfang 2024, wo wir jetzt bald sind. Und er prediktet hier einen Anstieg bis auf 1,30 Dollar, so in diese Richtung. Hier oben der Ansatzpunkt wären dann in Richtung 5 Dollar. Ob das Ganze realistisch ist, lasst uns darüber auch gerne mal in den Kommentaren sprechen. Da werden hier immer einige Analysen gemacht, einige Chartanalysen. Ich kenne mich mit dem ganzen Thema nur halt eben durch die ganzen Videos und Recherchen hier so ein bisschen aus. Aber mich würde einfach mal eure realistische Meinung dazu interessieren. Ihr könnt euch noch vielleicht an diese 500.000 Dollar erinnern, die aus Versehen als Gebühr bezahlt wurden bei einer Bitcoin-Transaktion. Das waren insgesamt knapp 20 Bitcoin, die da gezahlt wurden für eine Transaktion. Und die wurden jetzt tatsächlich zurückgegeben. Kann man von halten, was man will. Finde ich nicht so gut. Ich bin der Meinung, wenn man damit so falsch umgeht, dann sollte man auch einfach die Konsequenzen dahinter tragen müssen. Einfach mal meine ganz ehrliche Meinung dazu. Aber gut, wenn man so nett ist und dann das Geld wieder zurückgibt, dann ist das mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Also kann man ja den Leuten keinen Vorwurf machen. Aber trotzdem, wir sehen hier, das Ganze wurde also quasi wieder zurückgebucht. Und jetzt haben sie diese 500.000 wieder. Leute, lasst euch das eine Lehre sein. Niemals deutlich über dem aktuellen Level Gebühren bezahlen. Dann nochmal hier der Hinweis. Und zwar am 20. bis 22. in New York wird es das sogenannte Mainnet-Event geben. Eine Konferenz, bei der ebenfalls Ripple der Sponsor ist. Zwar hier nur ein Bronze-Sponsor. Normalerweise sind sie ja immer ganz oben dabei. Platin- oder Gold-Sponsor. Aber hier reicht es nur für den Bronze-Sponsor. Ich weiß zwar nicht genau, was das für ein Event ist. Aber wir werden da wahrscheinlich auch noch ein paar spannende Zitate und Einblicke in das Thema rund um XRP bekommen. Und da haben wir gleich zwei Daten, die in Zukunft für uns relevant sind. Nämlich einmal den 20. bis 22. September. Aber auch den 29. September, bei dem Ripple ja die Proper Party hostet. Und ich bin gespannt, was wir da vielleicht für Announcements bekommen. Ich denke, hier bei Mainnet ist das eher so ein kleines Rand-Event, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber bei der Proper Party werden wir hoffentlich ein paar spannende Neuigkeiten sehen. Wir hatten gestern schon im Video die Thematik, dass weniger als 10% der Zahlungen digital sind in Afrika. Und hier hat Ripple nochmal ein passendes kleines Video dazu gemacht. Und zwar, in dem diese kleine These einmal aufgegriffen wird und darüber gesprochen wird, wie man in Zukunft das Ganze verbessern möchte. Das ganze Video findet ihr hier. Ich habe einfach mal so ein bisschen durchgescrollt. Und den ganzen Bericht vor allem findet man hier bei Ripple. Da sind sie ja immer sehr schnell und posten dann die entsprechenden Berichte und Dokumentationen dazu hier. Finde ich sehr interessant und tatsächlich zielen sie darauf ab, dass sie in allen Bereichen in Zukunft gut aufgestellt sind. Dann noch eine kleine Info, hat nichts mit XRP zu tun, hat mit Algorand zu tun. Und zwar hat Algorand vor kurzem angekündigt, dass sie in Richtung eines Peer-to-Peer-Gossip-Networks gehen werden. Also eine Möglichkeit, bei dem die verschiedenen Endpunkte miteinander reden, also sozusagen so untereinander reden. Das Ganze soll die Dezentralität fördern und verbessern. Finde ich natürlich nie verkehrt und ich bin mal gespannt, in welche Richtung Algorand da gehen wird. Man soll ja auch immer so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und deswegen denke ich hier, dass Ripple sich da auch vielleicht nochmal ein paar Sachen abschauen kann, ganz ehrlich. Einfach mal in Richtung Peer-to-Peer zu gehen bei den Wallets, muss jetzt nicht von Ripple selbst kommen. Aber gerade aus der XRP-Community könnte das auf jeden Fall ein großes Thema sein. Und dann haben wir hier nochmal den Maxis-Cup und zwar die Bitcoiner. Dann hier, say good morning und dann, yeah! Kurzes, knackiges Meme. Sehr, sehr nice. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, Leute, wir sehen uns morgen. Ciao. 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 Ciao.